Herzlich Willkommen verehrte Zuschauer zur nächsten Ausgabe des Pro Cycling Managers. Die Kalifornien-Rundfahrt ist vor kurzem erst zu Ende gegangen. Und heute geht es bereits schon zum nächsten Rennen. Der Grand Prix de Berlin wartet. 215 Kilometer in und um Berlin herum. Und John Lee Augustine, der heute unter anderem mit am Start ist, nutzt gleich mal die Chance. Zusammen mit Ginza reist er aus. Das Feld zieht sich das erstmal an. Klostergaard haben wir. Kaspar Klostergaard hier rechts in der Mannschaft von Rival, glaube ich, heißt die Mannschaft. Ein ehemaliger Fahrer von Team CSC, der Vorgängermannschaft vom Saxo-Bank-Tinkoff-Team. Und wir gehen mal ganz kurz, bevor wir hier richtig ins Renngeschehen schauen, auf unser Teilnehmerfeld ein. Oh nein, Fasanov ist dabei. Und zwar mit dabei John Lee Augustine, wie gesagt. Der hat ja gerade angegriffen. Dann haben wir Daniel Tegler-Heimannos am Start. Andreas Stauf, unseren Sprinter aus Deutschland. Er wird heute die Co-Kapitänsrolle haben. Fanzül ist mit dabei. Martin Reimer, auch er Co-Kapitän. Also einer von beiden wird es heute richten sollen. Dann haben wir Nyon Shiti zu Genzo Jim. Er kann eigentlich noch hinten bleiben. Und Debessey, ebenfalls Südafrikaner. Genauso wie sein Landsmann. So wie John Lee Augustine, der vorne jetzt zusammen mit Dützer fährt. Aus der Gourmet-Festin-Mannschaft. Und heute, ich habe mal geguckt, man sieht es ja im Ladescreen, wer hier so alles mitfährt. Gar nicht mal so die großen Namen dabei. Also für Martin Reimer und Andreas Stauf könnte da vielleicht sogar was gehen. Haben wir in dieser Saison schon ein paar Mal zu überraschen gewusst. Gerade Reimer auch, während der Athabajanon-Fahrt war es. Also mal gucken. Vielleicht ist hier ja tatsächlich noch was drin. Neuneinhalb Minuten Vorsprung. Ich frage mich gerade, warum Augustine allein... Ah ja, wir hatten zu viel Einsatz drin. Okay. Der andere fährt wohl mit 50% Einsatz. Und elf Minuten Vorsprung bereits für die Ausreißer hinten im Feld. Macht die Mannschaft BMC wieder mal das Tempo. Ähnliches Bild also wie bei der Kalifornien-Rundfahrt. Als wir mit Samuel Sanchez noch gehaucht sind. Den sie nicht verpasst haben. Ich gucke gerade mal. Ludovic, das ist hier wohl der beste Fahrer. Den sie dabei haben natürlich Rick Zabel. Der hier noch einen falschen Namen hat. Rick Zabel also auch. Heute nicht chancenlos. Im Gegenteil. Und das Hauptfeld beginnt langsam daran zu arbeiten. Den Vorsprung von uns nicht zu groß werden zu lassen. Von den beiden hier vorne. Natürlich, man kann es nicht so ganz ernst nehmen. Es sind nur zwei Fahrer. Die auch noch nicht wirklich stark sind. Gilt zwar. Es ist am Berg gar nicht mal so schlecht. Augustin ebenfalls. Auch am Übel nicht übel. Was für ein schöner Rhein. Aber natürlich, das sind keine Topfahrer. Keine Weltklassefahrer. Die beiden. Dementsprechend mal schauen, mal schauen. Wir lassen es das Spiel mal schön simulieren. In schneller Geschwindigkeit. Denn viel passiert hier einfach nicht. Ist ein sehr flaches Rennen. Wenig Attacken gerade. Vorne sind zwei. Hinten versucht das Feld. Das Rennen zu kontrollieren. Alles auf einen Sprint hinaus zu arbeiten. Das scheint zumindest der plane BMC-Mannschaft zu sein. Und 13 Minuten Vorsprung haben die beiden Ausreißer. Wobei er jetzt schwindet. Und zwar sehr rapide. Aufgrund der LKT-Mannschaft. Das müsste die Brandenburg-Mannschaft sein. Richtig? Das müsste LKT Brandenburg sein. Hier sind sie auch. Ja. LKT Brandenburg. Mit Stefan Schäfer. Guter Sprinter. Und Willi Willwohl. Ebenfalls guter Sprinter. Und die haben natürlich ein riesiges Interesse daran. Hier gut aufzutreten. Denn Brandenburg ist ja. Ne. Ist ja die Ecke Berlin. So gesehen also hier das große Heimrennen wahrscheinlich. Für diese Mannschaft. Und drum wollen sie heute auftrumpfen. Kessler ist es. Der die Nachführarbeit macht. In erster Linie. Und wir gucken mal trotzdem natürlich. Was Reimer und was Stauf heute leisten können. Ich bin sehr darauf gespannt. Und vielleicht kommen die beiden hier vorne ja doch durch. Ich habe den Einsatz von Augustin jetzt mal ein bisschen erhöht. 100 Kilometer sind noch zu fahren. Der Abstand immer noch bei 6,5 Minuten. Aber das Feld hat jetzt auch wieder ein bisschen rausgenommen. Aber man hat ja gesehen, wie schnell dieser Abstand geschmolzen ist. Gerade eben waren es noch 13 Minuten. Und da haben sie da hinten ein bisschen Gas gegeben. Schon sind es nur noch 6,5. Und die Tendenz ist fallend. Wenig erstaunlich. Augustin immer noch vorne. 5 Minuten sind es noch. 80 Kilometer zu fahren. Und Kielzer denkt gar nicht daran, irgendwie sich an Tempo machen zu beteiligen. Der scheint da nicht so die große Lust drauf zu haben. Außer wenn wir das Tempo runternehmen. Aber das bringt ja nichts. Das bringt ja nichts. Hier. Na ja. Also Kielzer, der scheint nicht so wirklich davon auszugehen, dass wir das Rennen heute gewinnen können. Sonst würde er da anders auftreten. Der Abstand nur noch 3 Minuten groß. 50 Kilometer sind es noch bis ins Ziel. Und komm, wir versuchen mal die Attacke mit John D. Augustin gegen Giltzer. Bin mal gespannt, ob das klappen kann. Und der Slowene fährt da erstmal nicht hinterher. Aber jetzt versucht er es natürlich mit aller Gewalt. Und wir versuchen mit aller Gewalt die Lücke aufrechtzuhalten. Ja komm, scheiß drauf. Nein, das macht hier keinen Sinn. Das Feld jagt uns hinterher. Besonders die Mannschaften BMC und LKT Brandenburg. Und solange das so ist, haben wir hier keine Chancen. Hinter uns greift aber noch jemand an. Das ist Boehm und Paul Voss. Und jetzt könnte es natürlich nochmal interessant werden. Wenn die beiden noch aufschließen. Jung und frisch. Also jung weiß ich nicht. Aber vor allen Dingen frisch aus dem Feld. Das könnte nochmal einen Schwung bringen in die Ausreißergruppe. Und Paul Voss setzt sich hier gleich mal an die Spitze des Feldes. Das Giltzer greift an. Aber das Feld, das holt die ein. Jetzt sind da noch mehr Mannschaft mit dabei. Topsport Flandern beteiligt sich. IAM und auch Europcar. So wie Lotto Sudal. Respektive Lotto Bedi soll wie sie hier noch heißen. Wen haben die dabei? Eigentlich nur zwei Fahrer. Fang in Echten. Und Tim Wellens. Und man setzt scheinbar alles auf Wellens. So wie es aussieht. Wir haben Reimer und Staub dabei. Die sind ja auch immer vorne mit dabei. Die Ausreißer werden jetzt wohl gleich eingeholt. So wie das hier aussieht. Sie wehren sich noch ein bisschen. Aber jetzt sind sie eingeholt. Die Ausreißergruppe also weg. Ein bisschen früh. Könnte noch zu Gegenattacken kommen. Und die Frage, die wir uns natürlich stellen müssen ist. Setzt man jetzt auf Reimer oder setzt man jetzt auf Staub an unserer Stelle? Das ist eine schwierige Frage. Die ich auch gar nicht so wirklich beantworten kann. Ich schätze mal, wir setzen auf Staub. Weil der ein bisschen besser ist im Sprint. Und da rechts gibt es dann eine Attacke. Mendes. Sieht fast so aus. Als würde der gleich versuchen wegzufahren. Und er versucht es auch. Mendes greift an. Der Portugiese. 23 Kilometer vor dem Ziel. Jérôme Pinot fährt ihm hinterher. Genauso wie Björn Thurau. Und auch Johann van Zühl soll jetzt mal ein bisschen was zeigen. Wenn er kann. Bitte. So. Staub kann sich dann gleich mal vorne bequemen. Denn so langsam können die Sprintvorbereitungen dann mal loslegen. Ab 18 Kilometer vor dem Ziel kann man ja folgen. Und das werden wir jetzt auch mal versuchen. Wir werden versuchen mit unserer BBB-11 sozusagen. Ähm. einen Sprintzug aufzuziehen. Das ist mir egal. Das machen wir jetzt einfach mal. Also. Neon Schietti fährt voran. Ja. Van Zühl folgt ihm. Teckelheimer Not folgt Van Zühl. Raimer folgt Teckelheimer Not. Und Staufi folgt Raimi. So. Das Spiel möge beginnen. Vorne Mendes. Der sieht schon gar nicht mehr frisch aus. Wo bleiben die Flaschen? Wir kriegen keine. Warum dat denn jetzt? Ah. Weil das Feld. Oh. Das Feld sieht ja gar nicht mehr gut aus. Da sind ja jetzt einige zurückgefallen. Ähm. Dann hol du schnell nochmal Flaschen. Dann fängt Van Zühl an mit der Sprintvorbereitung. Aber nicht zu früh. Damit wir vielleicht noch die Flaschen bekommen. Wobei jetzt 15 Kilometer vom Ziel. Ist es eigentlich auch nicht mehr so wichtig. Mal gucken ob Neon Schietti das schafft. Es wäre zu empfehlen. Es wäre super wenn er es jetzt schaffen würde. Natürlich ist es nicht leicht jetzt hier fortzufahren. Bei dem Tempo. 55 kmh fährt das Feld gerade. Und jetzt sind es natürlich auch noch die eigenen Mitstreiter. Die das Rennen für ihn schwer machen. Jack greift an. Auch sehr nette Bandura Mannschaft. Und Van Zühl setzt dem direkt nach. Oh Neon Schietti schafft es scheinbar sogar. Sehr stark. Von. Nicht Ukraine. Sondern Ukraine natürlich. Komm 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 komm. Fahr 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 fahr. Ne es ist kein Ukraine. Es ist irgendwas ganz anderes. Egal. Sobald Van Zühl die Flaschen hat. Und das hat er jetzt. Werden wir den Sprint lancieren. Und Van Zühl setzt sich jetzt an die Spitze. Neon Schietti hat gute Arbeit geleistet heute. Van Zühl jetzt vorne mit einem hohen, hohen Einsatz. Jack hat da gar keine Möglichkeiten. Sieben Kilometer sind es noch. Und Van Zühl jetzt echt mit extrem hohem Einsatz. Nämlich mit Vollgas. Das ist Vollgas. 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 Oh yeah. Wir fahren gerne Vollgas. Denn nur das macht zwar Spaß. Jetzt Tegler Heimannot vorne. 5,5 Kilometer sind es noch. Reimer kann bereits sein Powergel nehmen. Tegler Heimannot ist vorne. Gibt jetzt Vollgas. Und das kann er. Das wissen wir. Das haben wir schon mal von ihm gesehen. Jetzt Reimer. Reimer fährt nach vorne. Und Stauf kann jetzt auch schon mal sein Gel nehmen. Ich hoffe das klappt. Ich hoffe das klappt. Wer ist da noch am Hinterrad? Das ist Ludovic. Und Reimer kann schon mal in den Sprint beginnen. Stauf natürlich an dessen Hinterrad. Muss dranbleiben. Muss dranbleiben. Darf nicht zu früh rausgehen. 2,3 Kilometer sind es noch. 2,1. 2,2. Und jetzt geht Stauf raus. Jetzt geht Andreas Stauf raus. Hier drüben haben wir Schäfer. Pinto. Hürell. Ludovic. Stauf gegen Ludovic. Und Pinto ist vorne. Pinto ist vorne. Kann Stauf das holen? Kann Stauf das holen? Ludovic jetzt vorne gegen Andreas Stauf. Andreas Stauf setzt sich an die Spitze des Rennens. Andreas Stauf gegen Ludovic. Und Andreas Stauf holt sich den Sieg. Holt sich den Sieg. Und holt sich hier den Grand Prix de Berlin. Wer sagt es denn? Grandios. Grandios. Martin Reimer wird noch 6. Kasper Klostergaard. Oha. Auf Rang 10 gefahren. Und das Team Brandenburg geht leer aus. Stefan Schäfer wird 5. Grandioses Rennen von unserer Mannschaft. Sehr, sehr selbstbewusst gefahren am Ende. Den Sprintzug klasse gemeistert. Mio Schietti, der nochmal die Flaschen gebracht hat. Jan Fanzül, der das Tempo angefangen hat zu erhöhen. Tickelheimer Not, der richtig, richtig Dampf gemacht hat. Und dann Martin Reimer, der den Sprint sehr gut lanciert hat. Und am Ende war es natürlich Andreas Stauf, der das Ganze zu Ende gebracht hat. Und der den Sprint exzellent gefahren ist gegen Edgar Pinto und gegen Ludovic. Die beide sehr stark unterwegs waren. Auch Stefan Schäfer hätte natürlich nochmal kommen können. Aber das war genial gemacht von Andreas Stauf. Natürlich war die Konkurrenz nicht so groß wie bei anderen Rennen. Natürlich waren keine Sagan's dabei. Keine Ziolex, keine Greipels. Aber trotzdem. Den Grand Prix de Berlin hat er gewonnen. Und den Sieg nimmt ihm keiner mehr. Glückwunsch an Andreas Stauf. Sein erster Saisonsieg, nachdem er beim Grand Prix Amaria schon Zweiter geworden ist. Da hätte es ja beinahe schon geklappt. Jetzt also erster in Berlin. Sechster war er in Köln. Vierter beim Secret. Dödenay. Also klasse Ergebnisse für den Mann aus Nordrhein-Westfalen. Gut. Und dann war es das von dieser Folge des ProCycle Managers. Ich bedanke mich nochmal fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal.